Die Föderation Die Föderation Die Föderation Die Föderation Die Föderation Drei Tage später Wir sind wohl jetzt auf dem Flugzeugträger Wie ich das richtig verstanden habe Und sind ein Ghost geworden Ein vollwertiger Ghost Wir werden geentert Wiederhole Alle Mann auf Position Wir werden geentert Okay Wenn die Satelliten einsatzbereit sind Können sie uns jederzeit überall angreifen Dann sind wir fällig Wir müssen sie aufhalten Unter Invasions-Trotten-Aktrag Ein Flugzeugträger Ach du Scheiße Was ist hier los Was ist hier los Da hinten eine Granate rüber Wir werden gerade von Schiffen Von Flugzeugen Von allem angegriffen Tja ich bin schein hinter den Gegnern zu sein Ist natürlich schon mal nicht schlecht Aber es ist nicht gut wenn die hinter einem stehen Okay alter was ist hier los Sind unsere Jungs ne Solche offene Kämpfe finde ich schon besser als zu Häuser Kämpfe Ganz ehrlich Hier weiß ich auch Diese Waffe hier wird hier sehr gut funktionieren Wenn man trifft Was Wie kannst du noch leben Okay Boah wir werden hier echt überall attackiert Von sämtlichen Gelegenheiten Okay wir sind hier Mit Hash Wow Hier haben wir Viele Waffen Schlauchboote Längsseite 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 Da hinten Okay Okay Dann werden wir das mal verhindern Mg wäre gut Okay das geht auch Und weg mit dem Ja die Jungs haben auch eine Scheißaufgabe hier Okay Okay let's go osprey action So Einfach alles hier drauf haben Die Minigan ist auch nicht schlecht Die Minigan ist auch nicht schlecht Aber die Seraphäe sind wieder wie auch bei einer Mission schon effektiver Einfach drauf hier Ist auch zum Glück nicht laut Hallo hört ihr mich noch Oh god oh god oh god oh god oh god oh god Bist du ein Gegner? Nein du bist ein Freund Schlauchboote 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 Ja 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 ich schalte die schon aus Und wieder ein Osprey Okay Ja ja ich schalte die schon aus Alles kaputt haben Alles kaputt haben Das ist echt so ein draufkipp aller gerade Da kann ich natürlich auch nicht so viel zu erzählen Ich meine das ist halt einfach so Es tut mir ja auch irgendwie leid Aber mein Gott Ich weiß nicht ob es die Stimmung eher kaputt machen würde Ich glaub nämlich irgendwie schon Weil das ist einfach nicht so ein Spiel Da macht man nicht so viele Witze Das ist halt eher so ein bisschen ernst Weil Krieg ist nie lustig What the fuck Alter Naja ja 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 Nein 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 Ich dachte ich bin tot Ich dachte ich bin tot Und Sprung Ja wir Wurden anscheinend so ein bisschen getroffen Zeitlupe Die Jungs müssen eigentlich alle erledigt haben Und weg mit dir Es werden Hubschrauber noch zerstört Oh mein Gott ist das groß Was Oh fuck Von rechts Ja ich hab ihn nicht bekommen Den hab ich jetzt bekommen Nein Hm Scheiße Da war ich nicht genug aufgepasst Da hab ich nicht genug aufgepasst Müssen wir nochmal versuchen Dann Let's Go Oh Scheiße wo 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 seid ihr alle Das Ding ist aber man weiß echt nicht wo die grad sind Wo 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 bist du denn wo bist du denn Ach da okay Boah ich hab ich echt nen Krampf in der Hand schon fast Okay Von rechts Von rechts Okay hab ich jetzt jetzt hab ich jetzt getroffen Hat wie ihr täuscht Körper Ist so riesig ist Okay getroffen habe ich Von rechts von rechts von rechts von rechts von rechts von rechts Nein aber nicht so weit von rechts anschein Oh Gott Oh Gott Hab ich nicht getroffen ich glaub ich sterbe jetzt Okay Wo kommt es denn da Ja wo ist es denn ich will's anvisieren Ich hab's anvisiert Ja okay 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 wir haben's geschafft wir haben's geschafft Oh Gott Hm das schützt er jetzt ab ich glaub schon Hm ist abgestürzt Ja und ich fahre fast die Treppe runter wenn er mich runter tritt Okay wenn so ein Wagen schon rum fliegt Weißt du schon da waren einiges an Kräften Okay okay lauf 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 Fuck alter Auf zum Heli Auf zum Heli der Klassiker Ja ich komm doch Los doch los doch Oh Gott Schaff ich's noch Ja Okay und weg hier und weg hier Das muss von den Föderationsatelliten kommen Die haben das scheiß Ding aktiviert Ja das fand ich normal Schließen wir uns dem Angriff an und schalten die Satellitenfarm aus Sonst ist der Krieg vorbei Okay Dann müssen wir die jetzt wohl mal ausschalten Mhm 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 Cian